Aubameyang greift an, oh, da legt er den Gegner, wird aber selbst auch noch gefoult, glaube ich, aber es geht weiter. Nein, der Schiedsrichter pfeift doch noch ab und man zieht hier in der Wiederholung, zack, da kommt das Foul und ja, kann man pfeifen, klar. Aber was passiert denn jetzt da oben? Gibt es das Revanche-Foul? Klare Tätigkeit gegen Bender. Wo ist der Schiedsrichter, wenn man ihn braucht? Hallo und herzlich willkommen, ich bin Domsky. Schön, dass ihr hier seid. Heute mal ohne Kamera, sondern nur mit Ton. Ich zocke eine Runde FIFA 15 auf der Demo. Zockt das Ganze einfach mal an, bevor es am Donnerstag rauskommt, um euch einen kleinen Eindruck zu verschaffen. Hier geht es direkt in das Aufstellungsmenü. Man sieht, das Ganze ist viel übersichtlicher, wie ich finde. Oben das spinnennetzförmige Design der Werte finde ich ganz gelungen. Ist alles viel netter für den Benutzer und auch für die ganzen Bilder. Finde ich besser gemacht, wie wenn 20 oder 30 Werte nebeneinander sind. Hier geht es natürlich auch noch weiter zu den Aufstellungen bzw. Rollen und Anweisungen in unserem Taktikmenü. Das kennt man ja aus den alten FIFA-Spielen. Wie gesagt, ich finde das Design relativ gut. Gefällt mir sehr. Und auch wie schon erwähnt, am Donnerstag kommt das Spiel raus. Dann werde ich auch immer mal wieder wöchentlich Spiele hochladen. Wahrscheinlich werde ich eine Art Prediction Games machen. Also Spiele vorspielen, vielleicht die Samstagabendspiele oder einfach nur die Highlight-Spiele des Spieltags. Sehen wir mal. Jetzt geht es auch schon ins Spiel. Man sieht hier direkt Marco Reus stürmen und diagonal aufs Tor zu laufen. Aber Mionet im Tor fischt den Ball aus der Ecke. Weiter geht es mit Aubameyang. Flitzebogen über rechts außen natürlich, der seine Schnelligkeit ausnutzt. Und dann hier den Ball butterweig reinbringt. Und Mkhitaryan ganz knapp am Tor vorbeifliegt. Aber man sieht hier auch gleich direkt die Wiederholung. Sieht richtig gut aus hier in Slow-Mo. Die Blitze im Hintergrund, das macht schon einiges her. Weiter geht es mit Marco Reus, der hier mal die Version mit dem Kopf durch die Wand versucht. Und das natürlich auch relativ gut klappt. Und man sieht jetzt hier auch direkt, er schießt auf den Tor. Der Tor fliegt nach hinten um, der Ball fliegt drüber. Das ist alles realitätsnah gestaltet. Das ist alles ein bisschen Next-Gen. Und das gefällt mir gut, wie die Torhüter sich hier verhalten und wie auch die grafischen Highlights hier abgehen. Hier sieht man auch direkt, Roman Weidenfeller lässt den Ball nach vorne prallen, aber fischt ihn dann direkt im Nachfassen. Hier ein kleines Beispiel von Zwischenszenen. Das Spiel wird abgepfiffen. Dann kommt die kleine Torchance von unserem Dortmunder Stürmer Marco Reus. Und hier auch die nächste Szene wieder stark gehalten und auch, wie ich finde, einfach von dem Bewegungsablauf sehr flüssig. Sieht gut aus, wie er den Ball hier aus der Ecke kratzt. Gefällt mir sehr. Ja, ist natürlich ein grafisches Highlight, das Spiel. Das wird viel auf die Grafik und auf die Details gesetzt. Hier sieht man jetzt zum Beispiel ein miserables Abwehrverhalten meiner Defensive. Aber Sterling verwandelt das Ding nicht, zu meinem Glück. Und es geht auch direkt weiter. Schlag auf Schlag. Wieder Sterling am Ball. Und auch hier Roman Weidenfeller mit einer starken Parade. Man sieht wieder, er kommt raus, macht sich breit und der Ball fliegt übers Tor. Hier stark mit dem Knie pariert. Und jetzt hier auch wieder die Highlights der Details. Hier auch ein weiteres Beispiel, was, glaube ich, erneuert wurde. Und zwar pfeift der Schiedsrichter direkt ab, als der Tor den Ball fängt. Ich glaube, das war im letzten nicht so, sondern da wurden immer erst abgepfiffen, als der Ball am Mittelfeld war. Wir sind in der zweiten Halbzeit direkt, man hat kleine Highlights gesehen. Und hier gibt es direkt die strittige Szene, die ich auch schon im Intro gezeigt habe. Hier pfeift der Schiedsrichter ab. Die Wiederholung zeigt, Aubameyang foult. Klar, Henderson. Fliegt da noch hin und dann kommt oben aber das Revanche-Fold. Zack! Und der Schiedsrichter mit dem Rücken zum Spieler sieht es einfach nicht. Über außen bricht dann wieder Mkhitaryan durch, der jetzt den Ball reinflankt. Und Ciro Immobile ein bisschen unglücklich mit dem Bauchplatscher in den Strafraum hinein segelt. Auch hier wieder schöner Schuss von Aubameyang, leider am Top 2. Aber man sieht schon, Fernschüsse sind auch wieder möglich in diesem Spiel, was natürlich gut ist. Das sieht man hier auch an Steven Gerrard, der einfach mal abzieht und das Ding im Winkel versenkt. Kein anderer als Steven Gerrard macht natürlich das Tor. Und jetzt hier die Jubelszenen sind natürlich auch gut gemacht, wie jetzt gleich die Kamera ranzoomt. Hier in einem Art Movie-Style das Ganze darstellt. Finde ich gut. Und hier ist auch so gut zu sehen die Next-Gen-Torhüter-Bewegung. Zack! Roman Weidner-Feller fliegt, aber fliegt vergeblich. Aber sieht natürlich sehr gut und sehr realitätsnah alles. Hier natürlich eine strittige Szene. Zack! Meiner Meinung nach ein klarer Elfmeter. Aber der Schiedsrichter gibt tatsächlich Abstoß. Wahrscheinlich wurde er bezahlt vom Gegner. Und hier sehen wir wieder Marco Reus, der versucht zu flanken. Nochmal reinzuköpfen, aber das Spiel ist aus. Und Skriddle freut sich ein bisschen. Das Spiel macht natürlich schon mal einen richtig guten Eindruck, auch wenn ich das natürlich gleich mal verpatzt habe mit dem Start hier 1 zu 0 verloren. Aber die Kritikpunkte werden auch in den nächsten Videos hier beleuchtet in dieser Playlist. Die folgen dann, sobald das Spiel veröffentlicht wird. Abonniert diesen Channel, dann bekommt ihr immer die neuesten Videos zu sehen und seid immer auf der Höhe. Außerdem gibt es hier auch mein letztes Video zu sehen aus der anderen Playlist, die ihr gerne abchecken könnt. Schreibt mir doch einfach in die Kommentare, auf welches Team bzw. auf welches Spiel ihr euch richtig freut. Und gebt dem Ganzen doch einen Daumen nach oben, wenn ihr euch genauso auf FIFA 15 freut wie ich. Haut rein! Domski out! Domski out!